Hallo, hallo. So, wir sind dann in ca. einer Stunde bei Ihnen. In einer Stunde? Wollen Sie mich umbringen? Ich schweb hier in Lebensgefahr. Ganz ruhig, Sie stehen auf einem öffentlichen Parkplatz und nicht mitten auf der Autobahn. Ich steh vor dem Westfalenstadion. Na und? Meine Schalkebeklebung ist nicht gerade die 10. Hallo?